Herzlich Willkommen! Wir sind hier bei Fanuc auf der AMB, der internationalen Messe für Metallverarbeitung in Stuttgart. In Halle 6 stand B51. Die AMB hat gestern ihre Tore geöffnet. Wie war Ihr Eindruck vom ersten Tag? Der erste Tag war wie gewohnt hier auf der AMB sehr erfolgreich. Von Anfang an stürmen die Besucher rein auf die Messe. Was bei anderen Messen eher etwas zurückhaltend startet, startet hier von Anfang an. Welche Bedeutung hat die AMB für Fanuc? Die AMB hat sich in Deutschland ganz klar zu einer der bedeutendsten Maschinenbaumessen entwickelt. Nach der EMO für uns die wichtigste Messe. Während die EMO eher eine Schau ist, wo wir Entwicklungen präsentieren, handelt es sich bei der AMB um eine wahre Verkaufsmesse. Und trotz der Erweiterung der AMB sind die Wege und die Stände immer noch so kompakt und gut zu bewältigen, dass ein Tag für einen kompletten Messerundgang durchaus ausreicht, was der Besucher immer wieder begrüßt und auch sehr gut findet. Zum wievielten Mal ist Fanuc auf der AMB mit dabei? Fanuc ist mit seinen unterschiedlichen Firmen eigentlich seit Beginn der AMB dabei. Also wir waren auch schon auf dem alten Messegelände in Stuttgart mit vertreten als Aussteller und hier auf dem neuen Messegelände als ein Fanuc von der ersten Messe an. Deinen ganz herzlichen Dank! Bei mir hier steht jetzt Bernhard Lusch. Hallo! Was darf der Zuschauer denn hier am Stand von Fanuc auf gar keinen Fall verpassen? Im Bereich der CNC-Steuerungstechnik stellen wir eine ganze Reihe neuer Softwarefunktionen vor, die wir unter dem Begriff Smart Machining zusammengefasst haben. Und die Softwarefunktionen zielen darauf, noch schneller, noch präziser Werkstücke herzustellen. Und ganz gut erkennt man das am Beispiel der hinter mir stehenden Maschine Robo Nano, wo wir mit einer Regelauflösung von 0,1 Nanometer Werkstücke poliert quasi bearbeiten. Welche Highlights erwarten uns denn sonst noch diese Woche? Ja, neben dem normalen, ich sag mal, Messecharakter, wo wir unsere Gäste natürlich besuchen und auch Kunden hier auf dem Stand willkommen heißen, steht heute Abend natürlich unsere Messeparty im Fokus und ab 18 Uhr sind alle Gäste hier auf der Messe eingeladen, zu Fanuc auf dem Stand zu kommen und gemeinsam mit uns einen netten Abend zu verbringen. Vielen Dank für das Interview! Ich wünsche Ihnen noch eine erfolgreiche Zeit hier auf der Messe mit dem Stand und allen Besuchern viel Spaß auf dem Stand von Fanuc und eine gute Zeit! Dankeschön! Das ist nuestro Th ли Th 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 Untertitelung des ZDF, 2020